Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder im Wasser unterwegs und zwar stehe ich heute im Wasser. Ich habe eine neue Warthose am Start, welche ich heute das erste Mal testen werde. Ich habe die Handing Miracle in der Klasse L dabei, Yakura und werde es heute mit kleinen Wobblern versuchen. Das Wasser ist sehr klar. Es hat vor ein paar Minuten noch geregnet. Ja, schauen wir mal was geht. Viel Spaß Freunde. So Freunde, als Köder habe ich hier so einen kleinen Twitch-Wobbler. Das ist der Intruder 50S. Mal schauen, ob da was geht. Oh, das war schon eine Attacke. Krass. Mal gucken, ob die nochmal kommt. Oh, jetzt hängt eine ab. Das war aber eine kleine. Die Rote ist mega zum Twitchen geeignet. Oh, ah. Das ist wieder eine draufgeschossen. Das ist wirklich harte Strömung. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, jetzt hängt sie, aber das ist eine kleine, okay, perfekt, self-release. So, Freunde, jetzt knallt's. Nur kleine Nachläufer. An diesem Platz muss doch was gehen. Das ist noch ein guter Buch. Es kann eigentlich gar nicht sein, dass hier nichts geht. Ich werde jetzt hier mal einen Köder wechseln. Dieser Spot ist eigentlich viel zu heiß, dass hier nichts gehen würde. So, Freunde, ich habe jetzt hier einen Forellenzopf dran gemacht. Ich habe ihn hier am Vorfach montiert, dass ich schnell mal die Montage wechseln kann. Wir haben hier, sagen wir mal, eine tiefe Stelle vor uns. Der Wobbler hat hier keinen Fisch gebracht. Aber hier müssen auf jeden Fall gute Fische stehen. Deswegen werde ich jetzt mit dem Forellenzopf angreifen. Da muss doch was gehen. Boah! Alter! Nein! Alter! Beim ersten Wurf direkt genommen. Nicht normal. Alter! Unglaublich! Yes! Freunde! Wahnsinn! Beim ersten Wurf auf den Forellenzopf einfach mal eine schöne Forelle eingestiegen. Guckt euch dieses schöne Vieh an. Yes! Richtig schöner Fisch. Kein Monster, aber eine richtig schöne. Yes! So, Freunde, das ging jetzt aber schnell. Auf den Wobbler gingen nur ein paar kleine und ein paar Nachläufer. Und das war wirklich der erste Wurf mit dem Forellenzopf. Direkt eine schöne eingestiegen. Hammer! Ich freue mich richtig. Jetzt probiere ich es an diesem Spot gleich nochmal. Und werfe noch ein bisschen weiter hoch. Vielleicht steht da noch eine. Also, Freunde, viel Spaß! Nächster Versuch. Das wäre der Hammer, wenn jetzt hier direkt noch eine einsteigen würde. Das Forellenzopf ist einfach immer noch eine absolute Geheimwaffe. Der läuft wirklich immer. Das war ein guter Wurf. Da geht was. Hier wird es ganz schön tief jetzt. Mal schauen, ob ich hier durchkomme. Jetzt werde ich mal tiefer. Aha! Mal schauen, ob es mir hier durchreicht. Ich glaube es reicht. Aber ich muss hier nicht. Mal schauen, ob ich hier durchkomme, ich mache jetzt mal eine große Sache. Das war Kacke! Handy ist nicht nass geworden zum Glück. So, Freunde. Ich bin ein bisschen nass geworden. Ich dachte schon, ich hörs auf hier. Also, Freunde, ist wirklich nicht zu unterschätzen hier, so eine starke Strömung mit der Warthose. Ein falscher Tritt und man kann schwimmen gehen. Ich pack's jetzt auf jeden Fall. Ich bin gut nass geworden. Zumindest hier oben. Die Jacke hat sich ganz schön vollgesaugt. Aber, eine coole Session. Einen Fisch konnte ich fangen, was mich besonders freut auf den Forellenzopf. Die Combo ist der Hammer. Richtig gut. Also, die Route ist wirklich nicht nur zum Wobblerfischen geeignet. Mit dem Forellenzopf hat sie auch wirklich eine super Figur gemacht und hat richtig Spaß gemacht. Also, Freunde. Ich lauf jetzt zum Auto und dann schauen wir, ob die Warthose dicht gehalten hat. Die Zehen fühlen sich auf jeden Fall trocken an. Ich war wirklich hüfthoch im Wasser. Nur hier war die Strömung einfach zu stark. Also, beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall besser aufpassen. Und ihr auch. Also, bis gleich. Also, Freunde. Ich bin am Auto angekommen. Ihr seht, ich bin schön nass geworden. Das Handy ist zum Glück nicht beschädigt worden. So, Freunde. Ich ziehe jetzt die Warthose aus. Und ich bin wirklich gespannt, ob meine Socken nass geworden sind oder nicht. Okay. Der linke Fuß ist schon mal trocken. Und der rechte Fuß ist auch trocken. So, Freunde. Das hier ist die Warthose. Ziemlich sportliches Design. Sieht sehr gut aus, finde ich. Ist eine Hüfthose in der Größe L. Ich bin 1,89 Meter groß und wiege ca. 85 Kilo. Die Hose passt wirklich gut. Kleiner dürfte sie auf jeden Fall nicht sein. Und ich würde sagen, sie hat den Test bestanden. Ist auf jeden Fall dicht. Meine Füße sind trocken geblieben. Obenrum bin ich nass geworden. Aber die Füße sind trocken. Also, Freunde. Warten kann gefährlich sein. Man sollte die Strömung nie unterschätzen. Ja. Kann nicht gut ausgehen. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft vorsichtiger sein. Und wir sehen uns das nächste Mal am Wasser. Ciao, Freunde.